Man, ich bin sowas voll schlecht. Okay, es ging ja noch einig erwarten gut. Oh, Gott sei Dank. Ich kann mir sowas voll schlecht merken. Du hast die erste Prüfung mit Bravour bestanden. Jetzt geht es weiter mit der zweiten. Ich dachte, es lief ganz gut. Ja, wir sollten das wohl öfter machen. So, du hältst dich für einen Piraten. Überlegst dir, denn jetzt trittst du die härteste Prüfung.